Eure absolut bodenlosen Witze, aber wenn ein guter kommt, beende ich das Video. Was singt man im Altersheim an Weihnachten? Lost Christmas. Na hör mal. Ich liebe Eisbären. Oh, wie nett. PS ohne Senf. Sagt der große Stift zum kleinen Stift. Wachsmalstift. Amogus. Warum guckt Trump sich die Olympischen Spiele an? Um zu sehen, wie hoch der Mexikaner springen kann.